So, so Nerdschi, die letzten Minuten hoffentlich, Schmierbohrungen drin und da auch, da sieht man wie man so ein Kalm, da macht es ein bisschen Öl rein, mag ja gar nichts. Gut, muss passen, auf gehts, hoffentlich zuerst in den Scheißhaufen. Hoffentlich zuerst in den Scheißhaufen. Oh, das ist die Beste. Oh, das ist die Beste. Oh, das ist die Beste. So. 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 Jetzt habe ich Schnee drauf geschüttet, da ist ein wenig gekühlt worden, weil der Zylinder schon wieder so heiß wird. Hoppala. Ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Da kann man fast nicht mehr drehen, aber das war's. Irgendwann wieder sauber, ein Frisser drin wahrscheinlich. Gibt's da nicht, das kann's nicht sein. Das war jetzt einmal Vollgas. Immer mit dem Steckgehirn reingedruckt, dass es gegangen ist. Mann, oh Mann. Das war's. Das war's. Das war's.